Musik Da sitzt ihr nun an euren Laptops und Computern, euren Tablets und Smartphones und lauschet meiner Stimme. Ihr habt es euch gemütlich gemacht und wartet auf einen kleinen oder auch größeren Schock, wohlwissend, dass ihr selbst nicht in Gefahr seid. Das ist ja das Angenehme an einer Horrorgeschichte, sofern sie nicht von einer wahren Begebenheit berichtet, die aber, wie könnte es anders sein, naturgemäß in der Vergangenheit liegt und jemand anderen betraf, ist sie reine Fiktion. Eine Erfindung, eine Maskerade, ein Mummenschanz, einzig dazu gedacht, einen gepflegten Grusel zu erzeugen, vielleicht auch ein leichtes Unbehagen, wenn die Möglichkeit besteht, dass sich die geschilderten Ereignisse in ähnlicher Form wiederholen könnten, mit euch als Protagonisten. Aber im Augenblick, während ihr dies hört, seid ihr völlig sicher. Nun, natürlich ist diese Sicherheit auch nur eine Illusion, denn jeden von uns kann jederzeit das Schicksal ereilen. Genauso wie jeder Mensch, der jemals lebte, eine Geburtswahrscheinlichkeit von 1 gehabt hat, hat oder hatte er ebenso eine Sterbewahrscheinlichkeit von 1. Zumindest sind uns keine gegenteiligen Fälle bekannt und unser Wissen um die Welt spricht nicht dafür, dass sich das ändern wird. Wer weiß, vielleicht werden einige unter euch, oder sogar wir alle, das Ende dieser Geschichte nicht mehr erleben. Ein geplatztes Hirnaneurysma oder eine unerkannte Herzinsuffizienz, ein abstürzendes Flugzeug, das euer Haus trifft, oder der Einschlag eines Meteoriten, könnten das verursachen. Doch das wäre nur das blinde Walten des Zufalls und nichts, bevor ihr euch gerade fürchtet. Was aber, wenn es das Hören dieser Geschichte selbst wäre, das euer Ende auslöst? So wie das Anschauen des Videobandes in The Ring. Allerdings bräuchte es dazu Magie und Spuk. Und die gibt es ja bekanntlich nicht. Oder? Wie sagte der berühmte Science-Fiction-Autor Arthur Lee Clark so schön? Jede hinreichend fortschrittliche Technologie ist von Magie nicht zu unterscheiden. Was wäre, wenn die Worte dieser Geschichte zufällig so gewählt wären, dass die elektromagnetischen Impulse, welche sie übertragen, sich zu einem bestimmten Zeitpunkt aufaddierten und eine einzelne elektromagnetische Monsterwelle in euer Gehirn schickten. Einen kurzen, heftigen Energieimpuls, der eine tödliche Hirnblutung bei euch auslöste, so wie das bereits erwähnte Hirnaneurysma. Sind nicht schon Menschen mit ihrem Smartphone in der Hand unerwartet gestorben? Aber das ist natürlich Unsinn. Obwohl, hört ihr noch alle zu? Musik Untertitelung des ZDF, 2020